Mein Name ist Pauline, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Schwerte, das ist in der Nähe von Dortmund. Und vom Beruf her meine Eltern oder generell meine Familie, wir sind Schausteller, also wir arbeiten auf der Kirmes. Und ja, das ist dann quasi mit meinem Beruf. Meine Eltern haben das Fahrgeschäft Voodoojumper, das kennen auch vielleicht schon viele. Ich bin auch nämlich ständig am Reisen damit halt mit meinen Eltern. Ich würde sagen, ich mache mal eine Wohntour, kommt mal mit. Also wir kommen hier rein, dann haben wir hier schon mal die Couch, hier haben wir meinen Fernseher, meine Küche. Dann haben wir hier mein Badezimmer und auf der anderen Seite haben wir da hinten mein Schlafzimmer. Kurz so klar habe ich gesagt, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was schwierig war, wenn man immer von Schule zu Schule gekommen ist und dann in die Klasse reingekommen ist. Dann erstmal steht man da, alle gucken einen an. Dann war ich natürlich auch sehr, sehr eingeschüchtert von den allen, die kennen sich untereinander. Ich bin komplett neu, komme dann dahin. Da haben auch viele wirklich auch mal blöde Sprüche gelassen oder sowas und haben mich auch über mich lustig gemacht. Aber ich habe da wirklich versucht, gar nicht darauf einzugehen, weil ich habe eine sehr, sehr starke Familie hinter mir, die mich dann immer wieder hochgeholt haben und gesagt haben, ey, Kopf hoch, ist egal. Du weißt, wie du bist, du weißt, dass du gut bist, du weißt, du bist toll und haben mich da dann quasi unterstützt. Aber viele, wenn man hört, Schausteller, haben Vorurteile und blocken direkt ab. Also wenn ich mir überlege, ich wäre nicht so aufgewachsen, das wäre natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel Abenteuer, was ich verpasst hätte. Dadurch, dass ich noch keine Modelerfahrung gesammelt habe, glaube ich auch, dass es für mich ein bisschen schwieriger ist, weil ich glaube schon, dass da Medien bei sein werden, die schon viel Erfahrung sammeln konnten. Aber ich würde mich auf alles freuen, egal ob vom Hochhaus runterhängen oder sonst irgendwas, wäre mir alles egal. Alle actionreichen Sachen, also da bin ich ein, ich sage mal Adrenalin-Junkie, ich meine, ich bin es ja auch gewohnt, wenn ich Karussell den ganzen Tag fahren kann und so. Also ich habe Germany's Sex Topmodel schon immer geguckt. Immer wenn Werbepause war, bin ich gelaufen, habe die Walks nachgemacht, habe die Shootings nachgemacht vom Spiegel und dann habe ich mir irgendwann gedacht, also Modeln ist schon das Richtige. Dann will ich bei Germany's Sex Topmodel an, du hast eine schöne Persönlichkeit, du hast eine gute Ausstrahlung, mach das Ding. Ich wäre noch nicht bereit, aber ihr seid, aber ihr habt auch immer eine gute Ausstrahlung. Untertitelung aufgrund der Werbepause war, die Frau zwischen Gott und Gott. Untertitelung aufgrund der Werbepause sie auf! Untertitelung des ZDF, 2020